Es ist ganz klar, jeder an diesem Team weiß, dass wir hier sind um aufzusteigen und jeder verkörpert das auch. Das ist eine Basketballbegeisterung, die man an anderen Orten so nicht spürt. Das ist schon etwas, was ganz besonders ist und es ist etwas, was sich weiterentwickelt, auch wenn solche Niederlagen wie das letzte Jahr passieren, dass da nicht alles untergeht, sondern die wollen noch mehr. Ich bin total stolz darauf, wie die Leute hinter uns stehen und wie viel Gas sie auch geben. Das ist immer ein sechster Mann für uns. Jemand hat irgendwann gesagt, das ist der Balkan Deutschlands. Wir haben BBL-Fans, wir haben eine BBL-Arena, wir haben eine BBL-Atmosphäre. Das passiert schon mal, dass man da die kompletten Play verrasselt oder so. Wenn ich es bin, gucke ich dann zu ihm so und denke so, scheiße. Und dann sagt er hier Jonas Fokus und dann geht es einfach weiter. Aber was man so prägen kann mit einer nachhaltigen Arbeit, wie viele positive Dinge man über 365 Tagen im Jahr allen zukommen lassen kann. Und das ist erstmal unabhängig von dem Titel. Der Titel ist ja nur, wenn ich das sah noch, ich glaube, der wird dann so emotional. Das knallt richtig. Gesundheit und Schutz geht vor. Wir haben im Februar, März nicht genau gewusst, wie sich diese Erkrankung entwickelt. Heute wissen wir viel mehr. Ja klar, wir haben unser Ziel in dem Sinne erreicht. Aber das, was wir dadurch jetzt auch verpasst haben, was uns genommen wurde, das tut schon weh. Ich fühle mich, als wäre es ein paar Tage langer Nacht gewesen. Also, es wäre ein wirklich Spaß gewesen. Und klar, spielt man dann nächste Saison in der ersten Liga. Aber das ist nicht das, was eigentlich, dieser Moment aufzusteigen, das ist doch das, worum es jetzt 20 Jahre lang ging. Diesen Aufstieg zu haben. Vor Corona haben wir gesagt, wir wollen ganz oben mitspielen. Das ist schon unser Anspruch. Und wenn man den nicht hat, das Ziel nicht hat, dann glaube ich, braucht man auch nicht aufsteigen. Was Chemnitz deserve to be in BBL? No question. Ist das die Weise, ich würde es gerne machen? Nein. Du denkst, wir müssen in Pro again, um es richtig machen? Nein. desem hemos. Is that what we know about?